Nintendo DS! Sommer hier! Ja und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, schrägstrich die Glichst und die Nacht und für alle die es noch werden möchten können sollten oder in zukünftigen Paralleluniversen vielleicht daran gehindert werden. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es leider wirklich nicht. Und warum leider nicht? Naja, weil wir gerade vielleicht in der Welt von Rayman unterwegs sind. Was haben wir denn hier Hübsches? Rayman DS ist ein Port von Rayman 2, der für die Playstation 1 glaube ich ausgekommen ist. Das ganze Rayman Universum vor allem bei den ersten Teilen ist etwas konfus, es gibt dafür diverse Portierungen, nur heißen es anders. Also Rayman DS ist eigentlich ein Rayman 2 mit einer bisschen kantigeren Grafik als wie auf der PS1, weil diese futuristische Nintendo Konsole besitzt nämlich keinen Texturen Filter. Und jetzt hat man dann einfach gesagt, okay gut wir veröffentlichen das Spiel und es schaut ein bisschen zacher aus als wie auf der PS1 und ich glaube auf dem, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, ich wage mich dunkel zu erinnern, dass Rayman 2 auch für Nintendo 64 rausgekommen ist. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, irgendeines gibt es glaube ich, also irgendein Rayman Spiel. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich das war und ob es die 64 war, also ich bin mir fast sicher, wo es ja damals noch bei Sony unterwegs war. Gute, egal, wir schauen uns das jetzt an. Ich bin eigentlich ein Fan von Rayman, seitdem ich Rayman Advanced gespielt habe. Rayman Advanced ist ja ein Port von Rayman 1, also sprich noch ein Side-Scrawler Jump'n'Run. Und war aber glaube ich dann erst wieder bei die Neue. Egal. Ja, war auch eine Portierung. Jetzt will ich kurz gähnen. Es ist 2 Uhr am Nachmittag und ich bin sehr müde. Ja, insofern coole Spiel. Cooler Charakter finde ich vor allem. Und es gibt einen Nintendo DS Port. Er war nicht allzu teuer. Zackisch! gekauft, mitgenommen und werden wir uns jetzt anschauen. Bei der Hülle, glaube ich, ist jetzt da nichts so. Ah, ist doch sogar ein Buckle dabei. Ja, Hand-Lighting. Die Spielanleitung hier. Ja, da haben wir einen Klo-Box. Schärfer. Da haben wir einen Klo-Box. Natürlich muss es französisch sein. Französisch und niederländisch. Der ganz klassische Schritt von einem Studio, was mal sehr gut war und was heutzutage viel Hate bekommt. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ja, manche Schritte oder so sind ungewöhnlich. Mir ist es egal. Manche Spiele, die sie noch rausbringen, finde ich, sind noch immer cool. Die Klo-Box zeigt, dass es auch in Deutsch geht. Ja, wir können die Stiftsteuerung verwenden mit einem virtuellen Analog-Stick unter dem Bildschirm. Das haben wir schon angeschaut. Ja, ansonsten noch diverse Gegenstände. Wir werden jetzt, vergessen wir die Notiz nicht, wir werden jetzt, ruhig Stativ, wir werden jetzt nicht ein komplettes Let's Play oder sowas machen, aber ich denke, das erste Level zur Steuerung kennenlernen technisch sollte schon drinnen sein. Aufgepust. Oh yeah, das ist der Stoff, aus dem feuchte Gamerträume gemacht sind. Na und jeder hat ein Hobby. Geht euch gar nichts an. So, ja, wir haben da Rayman DS und werden mit dem jetzt da ein bisschen starten. So, jetzt schauen wir wieder, dass das so ungefähr mit der Kamera so ungefähr mit der Kamera hier hat. Ziemlich hell heute. Macht aber nix. Wir drücken mal Start. Das geht einmal gar nicht. Und das geht ein bisschen. Also schauen wir mal. Wir spielen das Ganze natürlich hier in Deutsch. Ja. Einfach nur so einmal, just for fun, werden wir ein neues Spiel beginnen. Ich habe nur so einmal kurz reingeschaut. Ja, keine Ahnung. Also die waren schon, wie ich es gekauft habe. Ich habe einfach dann einmal reingeschaut. Aber gut, FBB steht für fröhliches Bogenbügeln. Und wenn es um ein fröhliches Bogenbügeln geht, bin ich natürlich ganz vorne mit dabei. Bist du sicher, dass du den Spielstand überschreiben willst? Ja, nein, vielleicht. Ich möchte. Aufgrund dieses sage ich ja. So. Wir sind so weit ich weiß. Oh ja. A. D. Z. Wie kann man so dumm sein? Meine Wenigkeit ist ja der Rock, ne? Z. Hätte ich fast, wenn er das gesehen hätte. Hätte jetzt fast, ähm, ja. Ah, Intro. Up, up. Ubisoft präsentiert. Raman, was haben die Piraten auf der Welt gemacht? Einen Planeten des Bösen voller Angst und Schmerz? Einen dunklen Ort mit grausamen Monstern. Seit sie dich gefangen haben, kann sie nichts mehr stoppen. Sie haben alles genommen und die Leute versklavt. Die Roboter streifen umher und schnappen alle Unschuldigen. Im Chaos haben sie das Herz der Welt gesprengt. Es bestand aus 1000 Lums, die nun ganz verstreut sind. Wir werden schwächer. Bald wird es zu spät sein. Flea Raymond, du bist der Einzige, der uns retten kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber bin mir fast sicher, dass das da gestanden ist. Das Gefangenenschiff der Piraten. Kommandant Admiral Klingenbart. Sklaven an Bord. 18.915, 16, fleißig sind es. Ein bisschen größer machen. Mal. Wenn er das spiegelt. Einen Ladevorgang. Jetzt fällt natürlich wieder irgendwo, dass er munter wird, also dass er schläft und munter wird und wir starten dann durch. Oh nein, sie haben Klobox. Nein. Gnade. Oh. Zuhilfe. Alles sehr bitte hier. Jo, es geht. Äh, Raymond? Klobox, mein Freund. Bist du okay, Raymond? Nicht ganz. Ich bin schwach und meine Kräfte sind fort. Weißt du, Klobox, das ist bestimmt das Ende aller Tage. Nein, nicht Ende. Klobox hat gutes Geschenk von Lai. Lai, die Fee, die Ferry. Perfekt hier. Ein Silberlums. Unglaublich. Ich fühle seine Energie in mich fließen. Nun kann ich wieder mit meiner Faust schlagen. Das hat er nämlich verlernt. Klobox, wir sind gerettet. Das hat er nämlich verlernt, wie er anscheinend gefangen genommen wurde. Also du kommst aufs Schiff und instant vergisst du, wenn man zuschlägt. Gehen wir zu Lai. Sie wird mir alle Kräfte wiedergeben. Ja, gut. Und genau an dieser Stelle werden wir hier starten. Ja, wie machen wir das jetzt mit der Steuerung her? Im Prinzip braucht man dort den unteren Bildschirmrand not really much. Mach weiter. Benutze deine magische Faust. Ja gut, wenn du sagst. Die magische Faust. Achso, so kann man Kamera fix zentrieren. Auf der rechten Seite. Auf der linken Seite kann man wahrscheinlich was anvisieren. Und so kann man schießen. Na gut, dann schauen wir mal. Dann sehen wir eh, wir marschieren. Okay, wir marschieren nicht. Wir rutschen hier durch. Und freuen uns unseres Lebens. Auf dem Weg da mal wahrscheinlich ein paar Lumsibumsi einsammeln. Die haben hier einen wunderschönen Brans. Das muss man mal jetzt verstehen. Die haben dort, wo sie ihn eingesperrt haben, haben die direkt einen Luftraum. Ein Luftraum. Alter, was ist denn jetzt los? Haben die direkt einen Schacht. Danke, liebes Hirn. Einen Schacht eingebaut, das dann einfach so runter geht. Klobox! Klobox? Bist du hier? Klobox ist nicht da. So, für manche, die da unterwegs sind, werden wir das gerade so ein bisschen fühlen. Gut, also mit B springt man und kann dann gleiten. Oh yeah, der Murphy. Hey, Riemen, gut, dass du geflohen bist. Ich bin Murphy. Ich bin hier, um dich zu leiten. Und mit dir zu gleiten. Siehst du den Stein rechts neben uns? Ein magischer Stein, der deine Gedanken liest. Wenn du Hilfe brauchst, gehe zu den Steinen. Und ich werde sofort in deinem Geist erscheinen. Punkt. Wenn dich meine Tipps verwirren, bleibe beim Stein und halte A gedrückt. Ich erscheine dann und gebe weitere Anweisungen. Okay, also so quasi die Frage, ob der... Nein, der war noch im Tutorial da. Also immer, wenn es um etwas Neues geht und es gibt einen Steiner, kann man mal hinschauen. Und wenn man das dann nicht kapiert, wie? Dann kommt er direkt und erklärt es dann nochmal. Weltbaum. Gut. Ja, wir schauen uns das jetzt nicht an. Wir schauen uns da jetzt nochmal kurz um. Gibt es da noch etwas? Irgendwas außer einen Schmetterfalter. Dann haben wir deinen Wasserfall und deine Höhle. Wir fangen aber vielleicht mit der Höhle. Vielleicht gibt es in der Höhle gleich etwas Besonderes. Na, schau mal da her. Ähm, ich würzt eigentlich, aber... Ja, genau. Die Steirung ist ein bisschen eine mittelmäßige Katastrophe. Super, du hast eben einen Piratenkäfig zerschlagen. Alter, wir sind die Besten. Äh, zerstöre viele davon. Sie sind voller Energie. Siehst du auch die helle Kugel dort? Flüchtig. Das ist ein gelber Lums. Sammle viele davon. Sie lassen dich geheime Orte betreten. Und sie lernen dich alle Geheimnisse dieser Welt. Nimm den gelben Lums und drücke... Oh! Ne, gut. Äh, gelber Lums. Jetzt ist... Jetzt ist... Oh Gott. Jetzt sind wir da runtergeplumpst. Aber ich hatte doch noch so viel vor in meinem schwammigen Leben. Ähm... Ah ja. Diese grandiosen Moskitotos. Äh, ewig. Dann haben wir hier noch einen. Äh, okay. Das finde ich cool mit dem DS. Äh, ich suche noch 48 Lums. Die gelben Lums sind die, äh... Ah, 1000 Fragmente des Herzens der Welt. Jetzt die Piraten zerstört haben. Je mehr du sammelst, desto mehr lernst du... Punkt. Du erreichst die Geheimnisse der Welt, indem du L-Knopf drückst. Suche noch 48 Lums. Wahrscheinlich bis zum nächsten Geheimnis. Sehr großartig. Da können wir jetzt... Ja, da sind diesen... Ich hoffe mal. Das ist das Tutorial-Level. Würde auch nicht, dass diese Videos hier zu lange werden. Ja. Hier können wir nicht drauf. Doch können wir. Ähm... Gibt es insgesamt jetzt da fünf Lums. In der Luft drücke B, um den Helikopter zu starten. Ah, das ist das Gleiche. Das muss man schon die ganze Zeit machen. Okay. Na komm einmal. Ja, das hätte man es gewusst hier. Und dann wahrscheinlich... Versuch Back to the Rots. Kommt wieder an der Murphy. Warte mal. Der hat was von Wände erklärt. Häng dich, wenn immer möglich, an Wände. Ah, es geht ja doch. So. Und jetzt können wir... Feststelltaste... Uh. Und das geht sich natürlich nicht aus. Hey, lauter kleine Kloboxe. Ja. Ja. Papa hat Raymond gerettet. Nein, wir wurden getrennt und ähm... Aber nicht Papa. Das ist super gemacht. Raymond bringt Kinder zum Weinen. Keine Sorge, Kinder. Ich bringe euren Vater zurück. Aber zuerst muss ich gehen und Laie finden. Sie träumt gerne hier in der Nähe. Habt ihr sie gesehen? Was? Die gemeinen Piraten haben Laie dort hingebracht. Okay, gut. Das heißt, wir müssen, schätze ich mal... Situativs bedingt. Dort entlang. Da wachsen Schwammel auf Schwammel. Dann mal wieder so... Ah, diese Moskite war ein super cooles Musik-Level. Ich wette, dass du wissen möchtest, wie man klettert. Siehst du die Wände? Na, stell dich zwischen sie. Drücke B zum Springen und B zum Festhalten. In diesem Manöver bist du ganz oben angekommen bist. Ja gut, Murphy. Pass auf. Ich meine, wie ich kriege da meine letzte... Meine letzte... Ähm... Ach so. Bitte. Fünf von fünf. Wenn ich noch mal sehe. Jetzt ist die Kamera klar leer. Wir riechen, schmecken, fühlen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tüdelü. Das ist ein paar Minuten. Bis dahin. Vielen Dank.